Ich habe euch heute mal die beiden Nissan Leaf Motoren mitgebracht. Der Unterschied zum Gen 2 ist, dass das hier zwei Einheiten sind. Moin moin meine Elektro-Unbaufreunde. Heute mal wieder ein Technik-Video aus Langenhagen. Ich habe euch heute mal die beiden Nissan Leaf Motoren mitgebracht, die wir aktuell verwenden. Auf der linken Seite oder für euch rechts einmal der Nissan Leaf Gen 1 Motor und Gen 2. Ich wollte euch einmal die Unterschiede näher bringen, warum in manchen Applikationen vielleicht der besser ist und euch einfach mal zeigen, wo die Unterschiede liegen. Generell haben wir hier bei beiden Motoren aber 80 kW Dauerleistung. Da muss man ein bisschen aufpassen. Oftmals wird auch eine Peakleistung angegeben. Wir reden über 80 kW Dauerleistung. Also wenn ihr die Motoren bei euch in den Papieren habt vom TÜV, dann wird da 80 kW Dauerleistung eingegeben. Man kann es natürlich auch drosseln, das ist kein großes Thema, wenn man das möchte, bzw. der TÜV das meistens möchte. Starten wir einfach mal mit der Generation 1. Generation 1 heißt, das war im ersten Nissan Leaf verbaut. Der wurde gebaut von 2010 bis 2012 circa. Da findet man diese Einheit drin. Die besteht generell aus zwei Teilen, was auch mit dem größten Unterschied ist zu dem anderen. Wir haben hier auf der einen Seite den Motor, 80 kW, 280 Nm hat dieser, also ist ein bisschen stärker als die Gen 2 und wir haben hier noch den Inverter. Der Unterschied zum Gen 2 ist, dass das hier zwei Einheiten sind. Beim Gen 2 haben wir das alles kombiniert in eine Einheit. Das hat ein Nissan gemacht, damit man den Bauraum ein bisschen besser nutzen kann, sagen wir es so. Und das ist halt ein bisschen einfacher. Die müssen keine Kabel konfektionieren etc. Das wird wahrscheinlich ein bisschen günstiger sein. Ja, eigentlich gibt es da gar nicht viel zu sagen. Das ist unsere Standardumrüstung. Wenn man zum Beispiel jetzt das Problem hat mit dem Bauraum, weil das hier relativ hoch aufbaut, ist hier hat man hier die Möglichkeit, über das Kabel den Inverter in einer anderen Position anzumontieren. Das kann einem durchaus mal helfen. Der Nachteil ist, man muss zweimal Halterungen bauen, was hier einfacher ist, wo man im Endeffekt nur eine Einheit festbauen muss. Deswegen würde ich generell immer zum Generation 2 tendieren. Wenn es aber aus bauraumtechnischen Gründen nicht funktioniert, ist der Gen 1 genauso gut. Generell ist das eine Synchronmaschine, genauso wie die Generation 2. Das ist eigentlich die Motortechnologie, die heutzutage neben der Asynchronmaschine am meisten verwendet wird. Der Motor dreht ca. 10.000 Umdrehungen pro Minute, Maximaldrehzahl. Der hat 280 Newtonmeter, wie ich meinte, bis ca. 3.000 Umdrehungen. Und ab dann haben wir dann diese Drehmoment-Drehzahl-Drehmoment-Kurve, die wir bei Elektromotoren oder Synchronmaschinen haben. Ist auch wassergekühlt. Ansonsten gibt es da eigentlich wenig zu erzählen. Die technischen Daten blenden wir euch ja einmal rechts ein. Das ist, glaube ich, einfacher, als wenn ich euch das jetzt hier runterratter. Genau, also der Inverter und der Motor sind über die drei Motorphasen miteinander verbunden. Das ist jetzt hier unser Prüfstandsmotor. Jetzt nicht wundern, die Kabel im Auto sehen natürlich ein bisschen anders aus. Die gehen hier drauf, die werden hier draufgesagt. Auf der Seite, Tom, komm einmal rum. Auf dieser Seite haben wir dann noch den Anschluss, wo die Batteriespannung drankommt, plus minus. Hier sind die beiden Schrauben, die dann montiert werden. Und dann haben wir hier nochmal den Signalkabelbaum. Hier haben wir die Signale, die dann zum Steuergerät gehen. Canbus, 12 Volt, etc. Zündung. Was immer bei den Motoren wichtig ist, das sehen wir hier, ist nochmal der Resolverstecker. Was macht der Resolver? Der Resolver ist hinten auf der Welle montiert und sagt dem Inverter im Endeffekt die Position des Rotors. Weil wenn natürlich das Magnetfeld, was dieses hier erzeugt für den Motor, wo der Rotor dann mitgezogen wird, muss der natürlich wissen, wie das Magnetfeld gestellt werden muss, damit der Rotor auch vernünftig sich dreht. Einfach gesprochen. Nochmal kurz zur Erklärung. Der Inverter oder Wechselrichter macht im Prinzip aus Plus Minus von der Batterie, macht der dann die drei Phasen für den Motor. Genau. Das ist der Generation 1. Den könnt ihr mit unseren Steuergeräten benutzen. Und dann haben wir eigentlich unseren Generation 2, den wir öfter benutzen. Wie ich schon sagte, wir müssen halt nur einmal die ganze Einheit montieren, sondern meistens dann mit den Motorhaltern. Unten ist der Motor. Der ist auch wassergekühlt hier vorne. Das ist auch unser Prüfstandsmotor. Nicht wundern, der ist vorne leicht beschädigt. Sowas verschicken wir natürlich normalerweise nicht raus. Der ist nur für unsere internen Zwecke dann. Und drauf ist der Inverter. Was da einzeln war, ist hier zusammen. Das wird dann über so Kupferschienen in drinnen miteinander verbunden. Und dann haben wir hier oben drauf, dann haben wir Plus Minus, wo die Batteriespannung angesetzt wird. Der Normalfall kommt hier oben drauf. Wir blenden gleich nochmal ein Bild ein. Der ist Ladegerät. Das ist das, wenn man jetzt in der Generation 2 Nissan Leaf von 2013 bis 2017 ist diese Einheit so verbaut. Dann sieht man oben das Ladegerät, was hier oben noch drauf ist. Das verwenden wir aber nicht, einfach weil das nicht so performant ist. Wie man sieht, kann man das natürlich jetzt so nicht im Fahrzeug einbauen. Wir haben hier extra so ein Kit besorgt, dass man hier vernünftige HV-Stecker hat. Da machen wir ein explizites Video hin. Das würde jetzt ein bisschen weit führen. Im Endeffekt ist der Motor wieder relativ ähnlich aufgebaut. Wir haben hier den Resolver, wo ich gerade drüber gesprochen habe. Hier oben haben wir die 12 Volt. Das ist ein so ein Kabelbaum. Und das war's. Ich nehme hier noch einmal das Kabel für die Fahrzeugmasse. Das wird an der Karosserie festgemacht. Da natürlich der Motor normalerweise schwingend aufgehangen wird. Dann über Gummilager brauchen wir eine vernünftige Erdung zur Karosserie. Hier vorne vor kommt wie bei der Generation 1 auch das Getriebe. Das wird hier einfach angeschlotzt. Das Getriebe ist im Prinzip nur eine einfache Übersetzung. In beiden Fällen, die unterscheiden sich leicht, haben wir ungefähr 8 zu 1. Genau, sonst haben wir noch eine Wasserkühlung. Wir kühlen wie immer erst den Inverter, weil der ein bisschen mehr anfällig ist für hohe Temperaturen. Gehen dann hier raus, gehen durch den Motor und gehen dann im Endeffekt zum Kühler. Genau, der Motor dreht auch 10.000 Umdrehungen. Ist etwas effizienter als die Generation 1, hat dafür aber nur 254 Newtonmeter. Die Unterschiede sind aber marginal. Also das ist jetzt keine Sache, wo man wirklich, was jetzt irgendwie ein Kriterium wäre, das den einen Motor zu nehmen oder den anderen halt nicht. Genau, das sind so die beiden Sachen. Beide Motoren laufen mit unseren Komponenten. Bevor wir die zu euch rausstecken, testen wir natürlich hier alles bei uns einmal einen langen Haben. Deswegen sehen die Motoren auch jetzt gerade so aus. Achso, eine Kleinigkeit noch. Jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, warum der hier relativ frisch und neu aussieht und dieser hier so ein bisschen runtergekommen. Generell werden alle Motoren, wenn die unser Werk verlassen, vorher einmal aufbereitet. Das heißt, dass wir die Strahlen, die werden Glasperle gestrahlt. Das heißt, die Oberfläche ist nachher wie neu, beziehungsweise besser als neu. Wir verdichten die damit auch. Und dann habt ihr hier leichten Korrosionsansatz, was normal im Fahrzeug ist, ist dann weg. Und ihr bekommt im Endeffekt einen gebrauchten Motor, der aber besser wie neu aussieht. Das schauen wir uns aber noch mit explizitem Video an. Dann besuchen wir einmal unsere Partnerfirma, die die ganzen Strahlsachen für uns macht. Und die können uns das mit Sicherheit besser erklären mit dem Strahlen als ich. Gut, soviel zu unseren Nissan Leaf Motoren heute. Ja, die nächsten Technik Videos kommen. Ich hoffe, ihr habt da Lust drauf. Wenn ja, abonniert doch den Kanal, aktiviert die Glocke. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr lasst ein Like da. Ciao.